Leute, soeben wurde auf Reddit etwas gepostet von einem Dev und zwar drei wesentliche Ranked Änderungen in Season 19, die sehr, sehr interessant sind. Eine davon ist absolut genial und das ist etwas, was es in Ranked so, glaube ich, noch nie gab. Ich glaube, zur Einführung von Ranked war das schon drin und wird uns jetzt auf jeden Fall mehr Vielfalt bieten, mit unseren Teammates, mit unseren Freunden zu zocken, die deutlich besser sind und deutlich weiter sind. Wir starten direkt mal drei interessante Änderungen und wie gesagt, ich betone auch hier nochmal, vergesst nicht zu abonnieren, zum Start von Season 19 gibt es wieder Coins zu gewinnen, 1.000, 6.700 und 11.500 und freut euch schon mal auf nächste Woche, da gibt es ein bisschen was sehr, sehr Interessantes zu Apex Legends. Ich kann aber leider noch nicht viel mehr verraten. Freut euch auf jeden Fall, es wird sehr, sehr interessant. Wir starten jetzt mit den Ranked Änderungen. Wir sollen im Allgemeinen mehr Boni bekommen, die uns vorenthalten waren, die im Hintergrund wohl im Spiel zurückgehalten wurden. Ich habe jetzt hier nur eine Kurzbeschreibung, die nicht sehr aussagekräftig ist. Ich habe hier einen ellenlangen Text gelesen, spare ich mir für dieses Video. Es reicht, wenn ihr wisst, dass wir auf jeden Fall jetzt mehr Boni bekommen sollen. Wir bekommen weniger LP Abfall, wenn wir unsere Vorrunden Matches machen. Diese 10 Matches, das war in Season 10 wollte ich gerade sagen, in Season 18 eine absolute Vollkatastrophe. Ich kenne viele relativ gute Spieler oder mittelmäßige Spieler, die es gerade so auf Bronze geschafft haben nach den 10 Vorrunden Matches oder teilweise auf Rookie geblieben sind. Und das musst du dir mal vorstellen. Das Matchmaking war so heftig, dass du die ersten 2-3 Wochen auch auf Rookie und Bronze, auf die krassesten Spieler gefühlt gestoßen bist. Und das soll jetzt, es entfällt nicht, aber es soll wohl so sein, also dass du jetzt nicht auf die krassesten Spieler tust, das sollte natürlich entfallen. Das sollte klar sein, ich muss erst mehrere richtigen Worte finden. Es soll aber wohl so sein, dass es deutlich einfacher zu sein scheint nach den 10 Runden, dass du ungefähr dort landest nach den 10 Runden, wo du eigentlich zurückgerankt wärst. Laut altem System, theoretisch bist du von mir aus Dia 4 geworden in der letzten Season und wirst ja dann normalerweise zum Split 1,5 Stufen zurückgesetzt, sodass du Gold 2 wärst. Das heißt, wenn du ein Dia 4 Spieler wärst, so ungefähr mit deinem Skill würdest du nach deinen 10 Runden irgendwo in Gold landen. Ungefähr so wird es beschrieben und jetzt kommt aber die interessanteste Änderung in Season 19, zumindest vorher durchgesickert. Und zwar soll es nicht mehr so sein, dass wenn du zum Beispiel als Bronzespieler einen Platinspieler mitnehmen willst oder umgedreht als Platinspieler einen Bronzespieler, dann wird das nicht gedeckelt, sondern du kannst jetzt mit jedem spielen. Du könntest als Bronzespieler sogar mit einem Predspieler spielen und könntest dort deine Ranked Karriere starten. Allerdings ist es natürlich logischerweise so, der schlechtere Rang wird auf deutlich schwerere Gegner treffen. Es wird nicht so sein, dass da eben auch Mittelwert gebildet wird. Das ist ungefähr so, wie sie es gerade in der Modern Warfare 3 Beta probiert haben. Die haben irgend so einen Neffen-Account, wie man das so schön sagt. Einen absoluten Noob-Account einfach mit eingeladen. Der wurde einfach still liegen gelassen. Mit dem hast du nicht gespielt, sodass das Matchmaking ausgetrickst wurde. Du als guter Spieler wurdest eben mit mittelmäßigen Spielern gematcht, eben weil du einen schlechten Spieler oder einen sehr schlechten Anfängerspieler in deine Lobby mit eingeladen hast. So wird das hier nicht sein. Nur zum Verständnis dieser Erklärung, es wird so sein, dass der schlechtere Spieler volle Kanne aufs Brett bekommt, wenn es richtig blöd läuft. Das zur groben, kurzen Erklärung, das sind drei der wesentlichen Änderungen in Ranked Season 19. Es werden sicherlich noch deutlich mehr kommen. Dazu später mehr. Mehr kann ich euch jetzt noch nicht sagen, aber freut euch schon mal auf. Auf irgendwann nächste Woche. Lasst euch überraschen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bis zum nächsten Mal. Oder rein. Ciao.